Wir erzählen auf dem Wallischemte, was er nicht gewollt hat, beim so nechtigen Geld in Stub. Ich leide, dass es an Hoge und Fleckte verfeinanderdelt, die ganze Geld, das nicht in den Gehen hatte, weil sie nicht mehr schlafen, wenn sie nicht mehr schlafen, die schlafen, die Ich-Chemite war. Ich leide, dass es nicht mehr Geld in Stub war. Ich leide, dass es an Hoge war, was in ganzen Hefeich-Minnigen Amerika, dass es mir gewinnt hat, als er sich in den Banken zu haben. In Sevik-Account, in Astam-Account, in Asok, was keiner davon nicht wissen soll. Danach haben wir in Sev Besonder, denn wir sollen nicht davon zahlen. Danach haben wir eine Life-Assurance, eine Feier-Assurance, eine Karre-Assurance, eine Bildung-Assurance, eine Kalle-Union-Assurance, was das Geld haben wollen. Aber wenigstens einmal kommen, wenn wir gehen, dann gehen wir zum Zuhören, dann gehen wir in die Kirche in Slavdaf, elf Schabbes vor Nacht, oder in Mittwoch, und wir sollen sich verlassen. Dann gehen wir nach der Rebisch der Helfen, und dann kommen wir zusammen mit dem Kochen. Und die Rieke, die alle in Yoni-Zachos sind, also die meisten hohen Rieke, wir haben vielleicht gesagt, und dann gehen wir nach dem Rebisch der Helfen. Der Rebbe putte seine Hände in seine Hände, und hat alles Geld gehabt. Es gab eine Manila-Envelope auf dem Rebisch der Helfen. Das war das Geld. Seine Wund.